Ich habe eine Werbung, mache Werbung und an sich Werbung ist mein Leben und mein Leben ist Werbung. Ich bin auch so ein Sucher. Ich bin jemand, der sucht, wenn ich zum Beispiel Amerikanflaschen sammle. Da gehe ich einfach auf die Suche im Internet und dann kommt man automatisch auf eine Lieblingsseite, weil man findet einfach sehr viele Sachen, die man sonst gar nicht finden würde. Das Internet ist für unseren Job natürlich besonders gut, weil wir alles finden, was wir wollen. Also in Sekunden schnell, da kann ich meine Bilder zusammensuchen, kann Inspirationen sammeln, kann mal schnell in die Konkurrenzprodukte gucken, wenn ich will, was die so gerade machen, was da auf dem Markt ist. Am Vormittag habe ich quasi die halbe Welt durchforstet. Das ist also der Vorteil im Internet.